Musik Lege dich ganz bequem her. Am besten liegst du auf dem Rücken und legst deine Arme entspannt links und rechts neben deinen Körper. Tu dich noch etwas zurecht ranke. Einfach so, dass es für dich die nächsten paar Minuten ganz angenehm und bequem sein kann. Schliess deine Augen und komm ganz langsam zur Ruhe. Atme ganz normal durch die Nase ein und langsam wieder aus. Vielleicht hilft es dir, wenn du durch das Maul ausatmen kannst. Und vielleicht spürst du jetzt schon eine gewisse Entspannung, was sich in deinem Körper breit machen kann. Lass dich auf eine spannende Reise zu einem besonderen Ort ein. Zu deiner persönlichen Oase der Ruhe. Deinem Ruheort. Vielleicht merkst du schon, wie du von Atemzug zu Atemzug entspannter werden kannst. Du bist bereit, dich jetzt zu einem ganz persönlichen Entspannungsort zu begeben. Atme nochmal vier Sekunden ein. Hebe den Atem für vier Sekunden an. Und atme etwa acht Sekunden langsam wieder aus. Wenn du merkst, dass diese Art von Atmung für dich nicht passt, kannst du jederzeit zur normalen Atmung zurückgehen. Und sonst wiederhole den Ablauf ein paar Mal für dich selber. Und stell dir vor, wie du mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannen kannst. Mit dem Atemzug Schöpfe Du bist jetzt vollkommen ruhig und entspannt. Es ist ein angenehmes Gefühl. Vielleicht breitet sich gleichzeitig in deinem Körper eine angenehme Wärme aus. Oder ein anderes Gefühl, das für dich jetzt gerade passt. Stell dir vor, dass du jetzt an einen ganz besonderen Ort reisen kannst. An einen ganz persönlichen Ruheort. An diesem Ort kannst du dich ganz sicher und geborgen fühlen. In dir drin dürfen jetzt Gedanken oder Bilder entstehen, wie es an diesem Ort aussehen kann. Ist er heil? Ist er warm? Ist es an einem Strand auf einer Wiese? Oder ist es vielleicht einfach dein Bett? Egal wo der Ort ist, wie du ihn möchtest haben. Stell dir ihn mit Bildern oder Gedanken einfach so gut vor, wie du ihn jetzt wahrnimmst. Welche Umgebung kannst du wahrnehmen? Welche Farben? Was siehst du genau oder stellst du dir vor, zu sehen? Welche Geräusche gehörst du an deinem Ort? Welche Töne? Vielleicht eine passende Musik? Vielleicht das Rauschen vom Wasser oder vom Wind? Oder ganz einfach gar nichts? Einfach nur Ruhe? Nimm wahr, was du an deinem Ruheort gehörst oder möchtest gehören. Vielleicht gibt es auch einen angenehmen Geruch oder Geschmack, die zu deinem Ruheort passen. Wie fühlt es sich für dich an, an diesem Ort zu sein? Ist es vielleicht ein Gefühl von Freiheit oder Leichtigkeit? Von Lockerheit oder angenehmen Schwere? Versuche einfach, so viele Details wie möglich von deinem persönlichen Ruheort wahrzunehmen, über all deiner Sinneswahrnehmung. Und jetzt, als du deine Oase, dein Ruheort kennengelernt hast, Mach dir klar, dass der Ort in deiner Fantasie entstanden ist. Auch das, was du dir kreiert hast. Alle Wahrnehmungen sind aus dir selber entstanden. Der Ort ist das, was dich innerlich ausmacht. Du bist der Ort. Genau das macht man zu so einem speziellen, positiven Ort für dich. Er entstand aus all deiner positiven Energie. Deiner Liebe. Deinem Wesen. Deiner Seele. All deiner positiven Eigenschaften kannst du in diesen Ort von Ruhe hineinprojizieren. Du bist der Ort. Das kann dir niemand nehmen. Auch egal, wie in einem Wettkampf ausgeht. Egal, wie stressig der Alltag ist. Hier, an diesem Ort, kannst du sehen, wie viel Positives in dir steckt. Und auch das kannst du mitnehmen an jeden Wettkampf oder an jede andere Herausforderung in deinem Leben. In deinem Alltag. Und so kann eine ganz grosse mentale Stärke entstehen. Deine Persönlichkeit steckt in diesem ruhigen Ort. Das kann auch keine Niederlage ändern. Egal, wie deutlich sie ist. Und du kannst immer wieder an diesen Ort zurück. Und dir neue, positive Energie holen. Und Kraft tanken für die nächste Herausforderung. Atme jetzt noch einmal ganz tief ein und wieder aus. Und stell dir dabei nochmal die Ort von Ruhe und Entspannung so genau wie möglich vor. Und behalte mich in deiner Erinnerung. Du bist der Ort. Das wirkt auch im Training, im Wettkampf, im Alltag. Und dann verlahe langsam mit deinen Gedanken und deinen Bildern den Ort wieder. Und komm langsam wieder hierher an den Ort der Realität. Und dann verlahe langsam mit deinen Gedanken und deinen Bildern den Ort wieder. Du kannst das unterstützen, indem du langsam anfängst, deinen Körper wieder zu bewegen. Deine Arme und Beine ein bisschen anzuspannen und wieder zu entspannen. Ja, und dann nimm ein paar tiefen Atemzüge. Bewege deine Arme, bewege deine Beine und deine Körper. Und öffne deine Augen als letztes Zeichen, dass du wieder wach und fit zurück bist. Und du bist im Bewusstsein, hier an dem Ort, wo du jetzt gerade bist. Und du bist im Bewusstsein, hier an dem Mutier, wo du jetzt gerade bist. Untertitelung des ZDF, 2020